Taten müssen einfach folgen. Taten. Und für mich Spielabbruch ist keine Tat. Ist keine Tat, ja dann passiert es nächste Woche wieder. Und dann, das Einfache, worauf ich aufmerksam machen will, ist einfach, wie zum Beispiel es dem Niro Quadwo, dem passiert ist, dass Leute einfach die daneben sind, dass die endlich mal aufstehen und solche Sachen melden. Weil, wie ich, weil das ist einfach für mich, man sagt ja in Deutschland, mitgehangen, mitgefangen. So sehe ich das auch. Da ist jemand in dir und gibt solche Laute von sich, dann bist du Mittäter. Ganz einfach. Und anscheinend, manche Leute können damit leben. Dann haben wir verloren. Was ist in Gelsenkirchen passiert, ist für mich, ja, ich weiß nicht, wie ich das so sagen soll. Also es ist wirklich sprachlos, aber aus Gelsenkirchen ist ja schon mal irgendwas in der Art gekommen. Also von daher, aber man rechnet nicht nochmal mit sowas. Aber von den Verbänden, 100%. Da warte ich einfach mehr. Es reicht nicht nur, einfach immer welche Banner und alles zu machen. Das reicht alles nicht. Das reicht alles nicht. Denn es passiert einfach zu viel. Und wir sind so weit. Es fängt auch schon an in Deutschland. Auf dem Fußballplatz. Ich rede nicht von außerhalb. Fußballplatz. Ich würde mich mehr freuen, wenn man diese Leute fasst. Wenn man diese Leute fasst. Damit wäre ich sehr, sehr zufrieden. Damit kann ich sagen, okay, gut. Das ist schon mal ein guter Schritt. Denn wo ich kleiner war, wir waren alle zusammen. Auf Deutsch, Asiater, Araber, Afrikaner. Wir waren alle zusammen. Wir haben alle zusammen Fußball gespielt. Konnten sogar nicht dieselbe Sprache. Aber jetzt, warum das so ist. Es gibt so manchmal Sachen, die kann man einfach nicht beantworten. Und das ist so eine Sache, die ich nicht beantworten kann für mich. Weil ich selbst noch keine Antwort dazu habe. Und das ist so eine Sache, die ich nicht beantworten kann.